Henssler-Schnell-Nummer. Heute gibt es eine Gemüsepfanne. Richtig nice. Los geht's. Zuerst die Zucchini. Solche groben Stücke herunterschneiden. Einfach nur halbieren, noch eine halbe Avocado. Jetzt reicht fast eine Viertel Avocado und das geht jetzt zusammen in der Pfanne. Locker so drei, vier Minuten erst mal anfangen zu braten. Kräftig. Einen Apfel waschen, dünne Streifen runterschneiden, die dann wieder in Streifen schneiden. Orange einmal rundherum abschneiden. Ihr braucht pro Teller ungefähr so vier, fünf Filets. Flocke Butter dazu. Jetzt hier in die Butter. Ordentliche Prise Currypulver. Salzen. Hälfte der Orange geschnitten, die andere Hälfte jetzt hier. Auf das Gemüse ausdrücken. Jetzt hier auf den Teller gehen. Den Sud komplett mit drauf gießen. Apfel auf das Gemüse. Dazu noch ein bisschen Orangenfilets. Dann hast du den kalten Apfel, Currynose, Orange. So simpel, aber so geil.